So, und jetzt gehen wir dann gleich in die Werkstatt. Mit dem nächsten Geld müssen wir definitiv dann hier mal Zeug nachkaufen. Oh, hier liegen die alten Reifen, die muss ich vielleicht mal wegräumen. Das wurde mit dem Auto gemacht. Oh Gott, Müll ist voll. Entschuldigung. Ist halt auch krass, ne? Da kommen die Kunden gar nicht mehr rein. So, ein großer Einkauf gewesen. Wenn das Band zu schmutzig ist, macht's keine Geräusche mehr. Viel schuldest du mir. Oh, das war sein Zwillingsbruder. So, das WC putzen. Äh, falsche Seite. Ich glaube, ich muss auch Getränke nachbestellen. Äh, das ist jetzt raus? Das ist günstig, das ist günstig, das ist günstig. Das ist günstig. Jo. Jo. Ein Kunden an Werkstatt. Einmal Kratzer. Und ein Spiegel. Was? Hier noch Müll. Hier. Jetzt kommt der Lieferant. Nicht hupen! Oh Gott, die Tankstelle ist schmutzig. Tschüss! Ich hab... Oh. Äh... Tschuldigung, ich wusste nicht, dass das separat geliefert wird. Tschuldigung! Ich wollte grad sagen, hier ist noch ein Fenster zu. Oh Gott, die Leute, die klauen bestimmt gleich, weil ewig keiner an der Kasse ist. Steckstelle wieder ein! Los! Oh nein, Dennis! Jetzt ist Dennis auch noch da. Ist hier irgendwo... Ich brauch Müll. Ich muss ihn bewerfen. Wo ist die... Hey, ich hab dich doch beworfen! Oh nein, jetzt komm ich hier nicht... Hä? Ich weiß nicht, Dennis soll mal mit irgendwas bewerten, aber Müll scheint ja nicht zu funktionieren. Vielen Dank, dass sie gewartet haben und das... Jetzt sind sie auch noch unzufrieden mit mir. Ich bin überfordert! Ich bin überfordert! Ich muss mal ganz kurz hier tanken. Verdammt, die fahren tatsächlich irgendwann einfach weg. Die haben bestimmt getankt, ohne zu bezahlen! Okay, beim nächsten Mal erst schnell tanken und dann an die Kasse, weil das geht schneller. Warum ist hier was aus dem Korb geflogen? Super! Das war ich nicht. So, hat Dennis jetzt hier irgendwas gemacht? Oder haben wir ihn doch verscheucht? Na gut. Schlimmeres. Hier ist sauber. Ich soll hier die Regale füllen. Was? Ich muss 11 Autos betanken, 25 Kunden bedienen und 5 Autos reparieren? Ich habe keine Reifen mehr. Und jetzt ist wieder jemand an der Zapfsäule. Warte mal. Ich komme gleich wieder! Immerhin kann man... ...den Auftrag abbrechen quasi. Also unterbrechen. Und manchmal verschwinden einfach die Mülleimer. Müllsäcke. So. Äh, Spiegel. Und noch ein Spiegel. Was hast du mit deinen Spiegeln gemacht? Und schon wieder drei Leute an der Kasse. Okay, also jetzt gerade wird das Spiel ein bisschen, äh, anstrengend. Super! Ich muss die Regale noch auffüllen. Guck mal, die Getränke sind gleich leer. Help me! Sorry! Ich hab's nicht gegriffen bekommen. Das ist gemein. Wenn das so auf Kante liegt. Super! Ich komm gar nicht dazu, Kofferräume zu knacken. Ich hab noch keine Zeit. Mö, ich hab auch keine Snacks mehr. Hä, hab ich die Snacks mitbestellt? Weil ich was verpasst. Und bald wieder kein Sprit mehr. Ja. Gern geschehen. Wir müssen mal Sprit bestellen. Ich hab halt keine Reifen mehr. Mit dem Reifen. Und eine Spieltür. Okay. Okay. Spritlieferern kommt. Na, muss ja kurz einen Moment warten. Irgendwie suche ich jedes Mal meine Maus. Wenn ich hier irgendwas mache. Ich mein, musst du hier nicht dabei bleiben, um das Rad wieder zuzudrehen. Oh, das ist gut. Dann machen wir das. Bist du auch. Oh, das war das. Oh, das war das. Okay. Oh, das war das. Oh, das war dann. Ich sollte vielleicht mal ein paar Reifen bestellen. Vielleicht sind die jetzt auch günstiger, weil Mitternacht wird es doch... So, dann habe ich noch 1000. So, ich muss auch Snacks bestellen, aber dann kommen wieder zwei LKWs. Ich bestelle morgen Snacks. Oder später. Könnten die eine Wand können die Werkstatt auch noch irgendwann streichen, aber ich glaube, da mache ich mal einen Tag den Laden dicht hier. Ich schaff's wieder nicht rechtzeitig. Der wird wieder hupen. Tschüss! Aber danach können wir die Tankstelle aufrüsten. Das ist cool. Die Frage ist nur, was das bedeutet. Wird die da noch größer? Oder... so, die Werkstatt muss kurz warten. Ich muss erst mal in die Kasse. Hallo! Ich bin da. Du hast ein kleines Problem mit Zigaretten. Kann das sein? Aber an sich muss ich schon sagen, die Kunden sehen recht abwechslungsreich aus. Also da gibt's genug Charaktermodelle. Es ist nicht alles das Gleiche hier. Und dann Kraftstoff. Warum auch immer die da gerade gesucht haben. Oh Gott! Zwei... Zwei Reifen? Ich muss ja gleich schon wieder nachbestellen. Und ein Spiegel. Ich hab halt keine Spiegel mehr. Jetzt läuft's doch mit dem Geld. Aber es ist natürlich so, dass wir jetzt teurere Sachen noch einkaufen müssen. Und Snacks werde ich jetzt gleich nachbestellen. Ich brauche für Alkohol ein separates Regal, oder? Entschuldigung, ich muss ja kurz nachbestellen. Guck mal gleich, ob ich für Alkohol ein separates Regal brauche. Weil dann hätten wir erst mal alles, was wir verkaufen können, an Regalen verfügbar. Ich hatte mich nicht in den Zeit, ich hatte Angst, dass ich über Budget gehen würde. Gut, gut. Guck mal gleich, was wir jetzt gehen? Ich bin froh, Was? Was wir jetzt?